Wir sind jetzt gerade auf dem Rückweg wieder nach Hause und ich habe jetzt gerade hier so eine schöne Stelle gesehen und dachte, dass ich hier euch mal ein paar Worte sagen kann. Und zwar erstmal vielen Dank für alles, für eure Unterstützung und so weiter. Ihr seid einfach die Besten und wir haben euch echt lieb. Und ja, auf jeden Fall, wir freuen uns wieder auf zu Hause, auf die Pferdchen und auf alle. Und dann gibt es natürlich auch wieder Videos mit dem Pferdchen. Gerne immer Videos, Ideen da lassen. Und ja, danke für alles und jetzt geht es einfach weiter. Jetzt fahren wir weiter. Und dann kam auch schon Fannys Welpe zur Welt. Das ist die kleine süße Maus und die Fanny will jetzt ganz schnell ihr Baby wieder zurück haben. Aber sie heißt Mara und sie ist ein ganz schön kleiner, süßer, dicker Wollebrocken. Also sie isst wirklich sehr viel und ist auch gut so. Besser etwas dicker als zu dünn und ja, sie ist total süß und ganz lieb. Und die schläft schon ganz gerne, auch bei uns Menschen. Und die Fanny will jetzt ganz schnell ihr Baby wieder. Und deswegen gebe ich ihr das jetzt auch wieder. Aber sie ist soweit gesund und ihr geht es richtig gut und sie ist putzmunter. Und ja. Bis zum nächsten Mal. 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 Jetzt sieht es schon mal gut aus. Der Boden ist schon mal raus. Jetzt hast du das selbe, was wir auch hatten. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.